Hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Trollinger, ich bin Golf-Methodenentwickler, Master Headpro, Black Belt, Headpro der Golf-Biomechanik-Akademie. Und wir haben weltweit nach unseren Recherchen die einzigste Methode, die mehrfach wissenschaftlich auch im Deutschen Ärzte Verlag und in PubMed als gesund bewertet wurde. Das ist natürlich einzigartig und herausragend, weil so machen wir aus ungesundem Golf gesundes Golf. Und alles andere wurde von den Wissenschaftlern als pathologisch, also gesundheitsschädlich bewertet und da gehören dazu Hohlkreuz, 400% Scherkräfte vom eigenen Körpergewicht, Valkus, Varus, Suppinationen, Schulter, Überstrecken vom Knie, die wir jetzt raushaben. Nachlässigt haben und wir arbeiten ja interdisziplinär, das heißt, Prof. Dr. Hans Ebersbecher ist ja ein Teil unseres Teams gewesen. Und der hat zu uns schon gesagt, Leute, es sind nicht nur orthopädische Verletzungen, sondern auch psychische, also psychisch-somatische Schädigungen. Und dann haben wir ja lange darüber gesprochen, woher das kommt und waren uns sehr rasch einig. Und da sagte der Prof. Ebersbecher, Raben können bis auf vier zählen, aber dann ist fertig. Raben, also Tiere, Vögel. Und der Mensch kann maximal so drei, vier Teilbewegungen im Hirn verarbeiten. Und das, alles was mehr Teilbewegungen haben, oder manche sagen auch Freiheitsgrade, ich mag keine Freiheitsgrade, Teilbewegungen kann man einfach erzählen, das erzeugt Stress, weil der Körper das durch Sehen und Nachmachen, also Vormachen, Nachmachen nicht verarbeiten kann. Und dann hast du Megastress, du hast mentalen Stress, das führt zu Frust, das führt zu Erfolglosigkeit, das führt zu Fehlern. Und dann natürlich zu psychosomatischen Störungen und die können sich dann ausufern. Wir hatten mal ein Kind, ich weiß gar nicht, zwölf oder dreizehn, die ist dann nicht mehr in der Wohnung rumgesprungen, die hat nicht mehr mit dem Hund gespielt, die hat keine Bücher mehr gelesen. Oder jetzt andere fallen in die Alkoholsucht, versuchen dort an sich diesen Schmerz zu ersäufen. Und das ist ein unfassbarer Druck. Und je mehr Anforderungen an einen selbst, je höher ist der Druck. Und dann, das sind schwerste, schwerste Verletzungen. Und jetzt war das Charles Schwab Turnier und da hat dieser Grayson Murray, der hat erste Runde gut gespielt, 68. Und in der zweiten Runde hat er auf der ersten 9, 5 übergespielt und war vollkommen frustriert. Hat die Golfschläge abgeschnallt, ist in sein Zimmer oder wo auch immer und hat sich umgebracht. Also Selbstmord. Das muss man sich mal vorstellen. Vom Golfplatz ins Hotelzimmer, sagen wir mal, und hat sich umgebracht. Das ist also extrem brutal. Also die Eltern haben das jetzt bestätigt, dass es Selbstmord war. Und es gibt keine brutalere Situation, die mir bekannt ist. Das ist natürlich dramatisch. Und wir sagen halt, oder Professor Ebersbecher, ich zitiere jetzt mal, der sagt, wenn man mehr wie drei oder vier Teilbewegungen hat, dann muss man das Hirn unterstützen. Dann braucht man Neurokognition. Also dann muss man das Hirn mit einer Art Software programmieren, damit das Hirn über die Nerven an die Muskeln Befehle geben kann. Und die Andrea hat dann noch motorisches Training räumlich entwickelt. Und dann wird man mental stabil, mental sicher. Und kann sein, dass man auch noch Fehler macht, aber man kann die Fehler sofort selbst analysieren. Und das, wo der Ebersbecher gesagt hat, was das Brutale ist, wenn man die Fehler gar nicht mehr analysieren kann. Und deshalb sind solche schwersten psychosomatischen Verletzungen vermeidbar durch unsere Methode, weil man da ganz genau weiß, was, wann, wohin, wie weit, in welche Richtung, in welcher Reihenfolge, mit welchem Tempo, im Korbalans und vor allem auch warum. Also jede Teilbewegung ist sinnhinterlegt, man sich bewegen muss. Und das ist natürlich super genial. Und da machen sind wir diejenigen, die Golf glaubhaft machen. Also Professor Riedmüller hat den Verbänden in einer Videobotschaft gesagt, ich mache es kurz, ihr lügt die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, die Verbände, also die Kollegenverbände, was weiß ich alles, Politik frontal an, indem ihr erste Wahrheit und zweite Wahrheit keine Schnittmengen haben in euren Aussagen. Und das führt zu einem extrem schlechten Image und kostet euch exorbitante Summen und ist richtig brutal. Und ich frage mich jetzt, wenn sich jetzt der Grayson Murray da umgebracht hat, wer ist da alles schuld, das muss man ja auch mal sagen. Das sind doch alles die Leute, die Verantwortlichen, die Gesundgolfen, wie soll ich sagen, verbieten. Also wir hatten ja bei uns im Haus den Fall, dass man Vorbeugung, Gesundheitsvorbeugung verboten hat. Therapie erlaubt, aber Vorbeugung verboten hat. Und dann ist es natürlich so, dass unsere Methode, Corbalance Free Release, nicht von den Verbänden aufgenommen wird, weil einige schuldige Sünder 14 Millionen im Jahr verdienen und die ihre kleine Welt verteidigen. Und das führt halt zu strukturellen Verletzungen, also einem Bewegungsapparat und zu psychischen Verletzungen, psychosomatischen. Und das ist brutal. Und im Extremfall, wer fünf überspielt, ist suizidgefährdet. Naja, also es ist natürlich ein bisschen Sarkasmus da mit dabei, aber es ist ernst. Wir müssen den Golfsport gesund machen und es sind nicht nur orthopädische Verletzungen, sondern auch psychosomatische. Und vielleicht zurück zu dem Kind, das wir da unterrichtet haben. Wir machen da natürlich auch mit so Kindern immer Istaufnahme. Und da haben wir dann festgestellt, die weiß gar nichts. Obwohl sie siebenmal in der Woche trainiert hat, kann sie nicht beschreiben, was, wann, wohin, wie weit, wie schnell, in welcher Reihenfolge, mit welchem Tempo sie sich bewegen soll. Es ist also so eine Art Schleuderball, was sie macht. Und dann ist es auch so, dass sie nicht den Namen kennt der Methode, die sie umsetzt. Wir können jede Biomechanik im Golf einer Methode zuordnen. Das ist anders wie in anderen Sportarten. Ja, und dann haben wir ganz bei Adam und Eva angefangen. Standbreite, das ist ja eine Antizipationsbewegung. Die hat eine Funktion, die erst viel später eintritt, deswegen Bewegungsverwegnahme. Vertikale, horizontale Balance, Kniewinkel, Becken-Oberkörperwinkel, Griff links ist auch antizipatorisch. Abstände ist auch antizipatorisch. Griff rechts, Becken-Oberkörperwinkel. Der hat ja bei uns eine Megafunktion, ist auch eine Antizipationskoordinate. Kopfposition, auch Antizipation. Und Muskelkontrahierung, dann, also welche, dann kommt Bewegung, in welche Richtung, warum. Also es ist auch wichtig, dass man versteht, warum man in welche Richtung sich bewegen soll. Und dann hat die Bälle geschlagen, unfassbar. Also eine meiner liebsten, dann haben wir die liebsten Schülerinnen, die Andrea hat dann mit ihr motorisches Training gemacht. Und da ging sie dann auf, weil man ihr Lösungswerkzeuge in die Hand gegeben hat. Dann haben wir noch das Putten angeschaut, da haben wir dann festgestellt, dass ihr Puttgriff verdreht war. Also vollkommen unmöglich. Dann haben wir den Putter ausgetauscht, dann haben wir das Puttsystem geändert, dann haben wir beim Putten das Tempo reguliert, haben den Jips rausgenommen. Bei uns gibt, bei unserem Puttsystem gibt es keinen Jips. Und von der Seite aus höchst spannend. Und die hat dann jeden Ball gestopft. Und dann war sie natürlich happy. Und dann haben wir noch ein bisschen am Athletiktraining gearbeitet. Also vollkommen falsches Athletiktraining. Ich bin ja kein Freund von HIIT, also High Intensity Training, sondern von Lungenvolumenerweiterung und von Grundlagenausdauertraining im Sauerstoffmodus. Das hat dann auch relativ rasch gut funktioniert. Und dann ist das also auch anderen aufgefallen. Und dann haben wir noch ihr Selbstwertgefühl gestärkt. Ihr Vater wurde, also die Familie wurde gemobbt aus irgendwelchen Gründen. Und dann haben wir ihr dort auch noch das Selbstwertgefühl gestärkt. Und dann, puh, jetzt spielt sie bei ordentlichen Turnieren mit. Und wir konnten also, und ist lustig und tanzt und liest wieder Bücher. Und somit haben wir dazu beigetragen, hauptsächlich diese psychosomatischen Problematiken zu lösen. Also von der Seite aus, wenn man, sind die Verantwortlichen schuld, wenn sie Gesundheitsvorbeugung auch psychische verbieten. Und das müssen die mit sich ausmachen, ich muss es mit mir nicht ausmachen. Wir machen Ist-Analyse und bieten aber auch Lösungen. Also wir motzen nicht nur, sondern wir bieten Lösungen. Und ich werde jetzt dauernd gefragt, dauernd ist das ein Thema, ob wir diese Lösungen auch für andere Sportarten haben. Nein, habe ich nicht. Ich beschäftige mich ein bisschen noch mit Skifahren, ein bisschen mit Grundlagenausdauer durch Ergotherapie mit dem Radfahren. Und dann haben halt die Gesetzgeber für andere Sportarten andere Gesetze, andere Urteile gesprochen. Und das wird dem Golf auch nicht ganz gerecht, weil Golf was vollkommen anders ist wie Boxen, wie Handball, wie sonst irgendwas. Also es ist vollkommen anders und deswegen gilt, werden wir das hinbekommen, dass der Golf was ganz anders, also ein neuer Maßstab gilt. In Amerika ist das wiederum anders. In Amerika hat man nach dieser NFL den Gesundheitsschutz in 49 Bundesstaaten nochmals verschärft. Und dort sagt man, man muss alles dafür tun, um die Gesundheit des Sportlers zu erhalten. Und wenn man Lösungen nicht annimmt und wenn man Verletzungsrisiken unterdrückt, dann kriegt es schon mal eine Strafe von 5,2 Milliarden Dollar für einen Verband. Also ich bin ja nicht der Strafzettelverteiler, das interessiert mich auch nicht so, das müssen andere bewerten. Aber uns geht es natürlich um den Transfer unserer Methode und ich empfehle Kooperation. Und wenn man gegen uns arbeitet, verliert man, weil wir haben den Content auf unserer Seite. Und die Schande, die dann über einzelne Sport, also auf Sport ausgerichtete Juristen kommt und Verantwortliche in Vorständen ist, wird entsprechend groß. Das sind meiner Sicht nach, sind es auch Straftaten. Aber mir geht es um den Transfer, vor allem für 11 Millionen Kinder und dass man Erwachsene im Unterricht nicht mit pathologischer Biomechanik konfrontiert. Also, es gibt orthopädische Verletzungen, Stille und Schmerzhafte, das geht bis 100 Prozent. Und es gibt psychosomatische Verletzungen, die eigentlich sehr versteckt sind und genauso brutal. Und zusammen mit den Orthopädischen ist das ein unfassbarer Verletzungssport. Und da müssen wir entgegenarbeiten, weil es gibt Lösungen durch die Core Balance Free Release Drollinger Methode und das ist gut zu wissen. In dem Sinne einen schönen Montag, ich wünsche euch alles Gute, denkt darüber nach, ihr seid alle verantwortlich für Kinder, auch was in eurem Verein passiert. Stellt Fragen und in dem Sinne grüße ich euch ganz herzlich. Stellt Fragen und in dem Sinne grüße ich euch.